Willkommen! Treten Sie näher! Ich versichere Ihnen, Ihr Familienschmuck ist bei uns in den besten Händen. Er sorgt so gut für mich, mein Quentin. Unerhört! Nicht mal den Kuss kriegt das Flitzchen hin. Komm jetzt, wir haben was zu erledigen. Sie ist sehr aufgeregt. Die Wände sind aus 60 Zentimeter dickem Beton und innen mit Eisenstäben verstärkt. Der Tresor ist fest im Boden verankert und der besteht aus einem Meter dicken Felsgestein. Hören Sie das auch? Was? Das klang doch wie Pferdehufe auf dem Dach. Es tut mir leid, aber ich muss Ihnen eine persönliche Frage stellen. Sie trinken doch nicht vor dem Abendessen, oder? Natürlich nicht. Ich muss mich doch sehr wundern, wenn Sie Pferde auf dem Dach hören. Würden Sie uns den Tresor öffnen? Bedauere. Nur wenn Sie tatsächlich etwas bei uns deponieren. Oh, nee.